Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squads. Ja, mittlerweile Episode Nr. 66, wir haben wieder mal eine Schnappstar erreicht, das heißt heute geht es wieder richtig schön ab. Mal wieder ein richtig schönes Squad, was wir heute bauen wollen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, die Unterstützung ist immens, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Würde mich wirklich sehr darüber freuen. Ebenfalls könnt ihr in die Videobeschreibung gucken. Links zu Kinguin für PSN und Microsoft Guthaben und zu Sennheiser für HZs vom Marktführer, beziehungsweise auch Kopfführer. So, wir entfernen mal alles, was wir hier haben, so von der Transferliste. Ihr habt das Squad heute schon gesehen und darum geht es auch ein bisschen in dem Video gleich. Aber zunächst mal habe ich den bescheuertsten Ohrwurm, den man sich überall vorstellen kann. Wer das Lied kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich sage nur, ich bin ein Albatross. Es ist schrecklich, ganz ehrlich. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. So, wen nehmen wir denn, wen nehmen wir denn, wen nehmen wir denn? Ich würde ja Wähler nehmen. Ja, nehmen wir mal Wähler, aber nicht für Tau, nee. Der hat zwar gerade ein Tor geschossen für Real Sociedad San Sebastian, wenn ich gerade das Video aufnehme hier. Aber trotzdem nehmen wir nicht diesen teuren Wähler. Ich will ein bisschen darüber reden. Der Patch hat ja stattgefunden. Mittlerweile gibt es Orlando City und New York City FC in FIFA. Und naja, es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht so super seit diesem Update, das es gab. Denn es wurde auch ein bisschen das Spiel gepatcht angeblich. Also das ist Gameplay. Und das merkt man und das nervt teilweise leicht. Also nur ein bisschen. Was daran nervt, ist folgendes. Ihr seht oben 84 Niederlagen. Davon sind 5 oder sowas in den letzten paar Spielen entstanden. Ich bin momentan einfach unfassbar schlecht, ja. Das liegt einmal an mir, ganz klar. Ja, ich spiele relativ selten momentan. Ich muss mich dementsprechend erst reinfuchsen. Aber andererseits, ganz ehrlich, ne. Das Verteidigen. Die Verteidiger sind einfach nach dem Patch nochmal dreimal dümmer geworden, als sie sowieso schon waren. Und das ist schon relativ schwierig, weil die waren davor schon ziemlich, ziemlich blöd. Und jetzt ist es einfach noch schlimmer geworden. Und das geht mir tierisch auf die Eier. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Zudem ist das Momentum so extrem gestiegen. Also schwächere Teams werden noch mehr geputscht als vorher. Und ich habe das Gefühl, die Server, ja, was die Lacks angeht und so weiter, sind auch nochmal viel, viel schlimmer, als sie vorher waren. So, wir haben momentan Special-Set-Angebote hier. Immer noch 35 K-Sets. Normalerweise sollte schon wieder ein neues da sein. Weil die wollten ja heute nochmal ein paar raushauen und so. Fünf-Sterne-Pokal gibt es jetzt auch. Was es nicht alles gibt am Black Friday. Es gibt einen Legenden-Chance-Pack im Lautrop Cup. Aha. Endet in 13 Tagen hier. Wo ist ein Geschenk-Gold-Set? Vier-Ligen-Klassiker. Es gibt so viele normale hier IC-Spieler-Toniere. Das gibt es gar nicht. Ultimate-Pokal. Wo ist denn der Fünf-Sterne-Scheiß-Pokal? What the fuck? Ach der. Wow, 2000 Münzen. 4000 online. Das spielt bestimmt jeder. Ach so, Laudrup ist jetzt in den Packs. Da können wir gleich mal nachgucken. Spaß ist halber. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Weil ich das Coffi doch schnell werden werde, weil ich so gut bin. Wie viel der kosten wird? Ah, ist der andere Laudrup. Okay. Oder ist er noch nicht gezogen? Welcher ist es denn? Der 89er oder der 88er? Der 89er. Okay, der ist noch nicht gezogen worden. Sehr interessant. Werde ich aber auch nicht tun. So. Ich gucke mal richten. Können wir auch gleich loslegen. In, äh, bald 3, 2, 1 und los. Der 89er muss aber erstmal gestellt werden und das dauert immer hier ein bisschen. Ihr wisst es. Vor allem weil ich hier, hier ist so der Pop-Schutz, weißt du, der dreht sich hier so rum und ich muss jetzt quasi durch die Lücke durchgucken auf mein Handy. Warum? Pfff. Weiß ich auch nicht. So, wir starten in 3, 2, 1 und los. Los. Okay, alles klar. Carlos Vela spielt bei Real Sociedad San Sebastian. Haben wir einfach einen empfingenden Rechtsverteidiger. Ich bezweifle es. Ja, sehr allgemein hat Real Sociedad San Sebastian. Ich weiß nicht, warum ich das immer so schnell sagen muss. Eigentlich kann man nur Real Sociedad sagen. Ähm. Sehr viele gute Spieler, aber so krass ist so wirklich keiner davon. Auch der Außenverteidiger ist ausbaufähig. Vielleicht der Sechser oder sowas. Weil Sechser brauchen wir ja auch. Stürmer wäre Griesmann in Form. Will ich aber nicht benutzen, weil der nicht da reinpasst in die Idee, die ich habe. Okay, wir finden keinen vernünftigen Sechser. Finden wir einen vernünftigen Achter. Pardo und Granero wären da. Granero würde ich da schon eher hinstellen. Wenn man mit den 82 passen, aber vielleicht finden wir ja auch erstmal vernünftigen Stürmer. Das würde mir auch schon reichen. Notfallsweise können wir immer noch auf Gio Los Santos zurückgreifen. Hier haben wir Finn Bogas. Und übrigens Gio, ne? Können wir auch mal in die Kommentare schreiben. JBB 2014 Finale. Lasca gegen Gio. Wen findet ihr besser? Yo. Ähm. Für mich ist die Entscheidung eindeutig. Ich bin Lasca. Also ich bin nicht Lasca, aber ich feiere Lasca irgendwie mehr. Der ist meiner Meinung nach besser als Gio. Und ich mag Gio auch einfach nicht. Auch wenn die Rückrunde von Gio zwar unterhaltsam, aber nicht so gut war. Da war die von Lasca besser. Aber ihr könnt mir ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Kommt, wir machen das einfach ganz standardmäßig und holen uns hier den Spieler, den jeder erwartet. Und zwar Giovanni dos Santos. Den Superstürmer. So, wir brauchen noch einen Sechster. Jetzt sind wir wieder bei dem alten, leidigen Thema. Sechster aus der BVA. Man könnte Khedira nehmen, man könnte Kroos nehmen. Ja, ja. Ich weiß, aber das ist so langweilig, weil das haben wir immer. Wie wäre es denn mit Itora? Wobei, Itora vielleicht mit Palacio und Medel. Itora habe ich auch noch nicht gespielt, von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Medel dann auf der anderen Seite. Wenn ich ihn finde. Nicht mit Ledel. Ledem. Komm mal mit Del. So, Gary. Komm mal her. Vielleicht nehmen wir auch lieber... Ne, wir nehmen Palacio. Stimmt, aber eine richtig overpowered Strikeforce da vorne drin. Irgendwie kommt es mir auch teilweise so vor, als ob das hier alles schon mal gedoppelt oder gedreifacht gewesen ist. Aber, ihr habt mir das ja auch in die Kommentare geschrieben. Ihr seht das ja genauso. Und zum Glück wird die Serie ja auch demnächst nicht abgeschafft, sondern abgelöst quasi. Bisschenweise alle zwei Tage nur noch kommen. Wie nehmen wir den jetzt als linken Mittelfeldspieler? Wir können Nassamoa nehmen. Wollte ich schon letztens nehmen. Da können wir in die Bundesliga gehen. Ich glaube, das machen wir auch mal, weil der Forsters gilt und ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht gespielt dieses Jahr. Nehmen wir als Linksverteidiger Abdul Rahman Baba. Von Augsburg. Da haben wir ihn schon. Mach dich Rahman. Innenverteidiger brauchen wir jetzt. Nehmen wir mal Medi Benatia. So. Grosinski. Großkreuz. Müsste ich ja Wimmer nehmen. Und das ist so ein bisschen... Oh, guck mal, der kostet nicht mal was. Obwohl der Innenverteidiger echt nice aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, jetzt wackele ich hier die ganze Zeit rum und kann mich nicht entscheiden. Donati. Ach, Poguma ist nicht zur Wahl, weil Bronze Uchida vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit, wobei Großkreuz auch ginge oder Piszczek wäre halt eigentlich ideal. Uchida. Müssten wir Höwedes nehmen oder noch irgendeinen anderen Verteidiger? Nicht, dass ich wüsste, gerade aus dem Kopf. Wir können natürlich auch einfach... Okay, Muitza ist nicht zur Wahl. Da hatten wir aber gerade noch Donati. Den könnte man auch nehmen, aber der ist ja relativ langsam. Trotzdem hätten wir noch die Nationen mehr. Ja, ähm, ansonsten... Komm, nehmen wir einfach Piszczek. Und, äh... Sokrates Papastatopoulos. Obwohl, nehmen wir den Subotic. Sokrates hatten wir schon relativ oft, glaube ich. Subotic. Okay, und ins Tor nehmen wir natürlich, natürlich, wenn es geht, den Inform-Ron-Robert-Zieler. So, dann haben wir das Quad fertig. Das ging wieder mal relativ schnell. Sieht sogar relativ gut aus, glaube ich. Es sind zwar nur drei Ligen, aber dafür einige Nationen. Wir werden natürlich auch mehr Ligen reinnehmen können, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich werde das Quad mal einfach vollständigen. Naja, ich hoffe ja sehr. Das ist auch... Vor allem, wenn es dir immer einfällt, wenn du gerade fertig bist, ne? Itura kommt natürlich überhaupt nicht auf Volle-Himi, weil da keinen Strong nehmen kann, man. Aber vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit. Ähm... Was spielt nochmal für Sechser? Okay. Wir können entweder einen von Villarreal nehmen. Oder von... Echt jetzt? Spanier... Ja, ging ja auch. Ging ja auch, theoretisch. Können wir Palacio nicht benutzen. Okay, oder wenn ihr mal einen von Realis passiert habt, aber jetzt auch nur Spanier. Spanier... Spanischer Sechster Serie A haben wir natürlich mit Borja Valero. Das ist nicht das Problem. Ja, sollte man auch Spanien eingeben. Äh... Lopez wäre auch noch möglich von Napoli. Dann könnte man Higuain nehmen. Oder... Ja, Kalijon ist auch Spanier. Äh... Borja Valero. Wer spielt denn Stürmer da? Giuseppe Rossi wäre denn möglich. Ja, machen wir das mal so. Gut, dann nehmen wir Valero und Rossi anstelle von Itura und Medel und Palacio. Und dann packen wir halt Sechster da. Hier, weiß schon, keine Ahnung, wen. Granero hin. Ich baue das mal eben und bin gleich wieder da. Da sind wir wieder da. Und, äh... Ja, ich musste dann irgendwie Benatir wieder rauspacken, weil... Natürlich hat er keine Chemie bekommen, hab ich nicht gedacht, aber... Ihr kennt mich. Ja, Philippe steht jetzt da mit Zieler zusammen. Das passt auch. Ist eigentlich vollkommen egal. Ähm... Ja, ansonsten das Team hat 1, 2, 3, 4... Nein, nein, nein. 4, 5, 6, 7, 8 Nationen und 3 Ligen. Geht also ganz gut. Klar, denke ich mal. Ich gehe jetzt ins Spielchen. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Gegner gefunden habe. Jö, Gegner gefunden! Deki mit 78 Chemie. Oh nein, ich hasse es, gegen No-Cemistry-Teams zu spielen. Ich hasse es wie die Pest, weil das immer mit Momentum in Verbindung ist. Und das mag ich nicht. Gerade erst erwähnt. Ne? Ja, er arbeitet wohl auf dem Stoke-Team. In Bilkovic, Shawcross. Wie der Rechtsverteidiger da heißt. Bojan vorne. Mal schauen. Und es leckt ein bisschen. Das ist die beste Kombination, die es überhaupt gibt. Ich, oh nein, ey. Ich könnte jetzt schon wieder quitten. Ich weiß, dass ich das Spiel verlieren werde. Ich schwör's euch. Wobei er nicht. Aber ich hab das Gefühl trotzdem. Fuck, warum mach ich den Strickschuss? Ich Idiot. Ich kann einfach das 1-0 machen können. Und dann wäre ich schnell hier weg gewesen. Weil er eventuell irgendwann ein Rage-Coup. Ja, gut, von mir so. Feld Rage würde der irgendwann, wer was? Dos Santos. Ja, ja. Der Realism. Naja, vielweil, ne? Ich wollte gerade sagen, Alter. Wäre auch dumm gewesen, wenn das kein Elfmeter wäre. Weil dann hätte ich mich wieder über Asamoah aufregen dürfen. Wobei mit der Rechte hätte ich wahrscheinlich sowieso daneben gehauen. Von daher gut, dass Bojan da dazwischen gehen musste. So, ja, wieder schießt. Oben links, as per usual. 2-0, 10 Minuten gespielt. Wird wieder eine Zerstörung, jetzt wo es nicht mehr laggt. Ich habe mich in den letzten Minuten ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe Spahnarät versendet und ich dachte mir so, ich will den jetzt nicht zu sehr zerstören. Aber es ist halt so einfach. Jetzt ist es vorbei. Wir hatten übrigens wieder eine komplett linksfüßige Offensive, also Granero und Dings. Ich habe übrigens auch 4-4-2 gestellt, wie ihr schon gesehen habt. Weil, ja, mit den Defensiven, das ist eigentlich vollkommen sinnvoll. Also es ist ja gleich die Formation und so habe ich keine Positionskarten kaufen müssen. Alle in unserer Offensive, Asamor, Vela, Dos Santos und Rossi waren linksfüße. Relativ nice eigentlich, das, was wir mal wieder hatten. Das hatten wir ja letztens irgendwann schon mal und da hat es auch ganz gut funktioniert. Und diesmal wieder. So, wir haben 3-0 gewonnen jetzt. Die Folge ist wieder relativ schnell am Ende jetzt vorbeigegangen mit dem Spiel. Aber so läuft es halt nun mal teilweise, wenn der Gegner Rage quittet. Was er wohl hier getan hat. Spieler des Spiels. Ja, Vela, ja, doch. Ja, Vorlagen. Vela, ja, komm. Vela und Dos Santos, die beiden Mexikaner. Das passt schon ganz gut. Das war es dann von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Und dann würde ich mich, wie gesagt, selber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.